Hallo und herzlich willkommen bei VINEO, mein Name ist André Schlepphaus aus der Anwendungstechnik und ich möchte Ihnen heute gerne einmal unsere neue Unterlagsmatte Silent Premium etwas näher vorstellen. Die Silent Premium selber besteht aus mineralischen Füllstoffen und Biopolyurethan, das heißt also gleichzeitig, sie ist frei von Weichmacher, Löse, Mittel und Chlor und besitzt dadurch natürlich auch den blauen Engel. Die Matte selber ist erhältlich auf einer Rolle, das heißt also sie ist 1 Meter breit, 6,50 Meter lang, 1,8 Millimeter stark. Die Silent Premium Unterlagsmatte ist momentan auch einzigartig unter den trockenen Klebstoffen, denn sie reduziert gleichzeitig den Tritt um G-Schall. Die Matte ist meines Erachtens einsetzbar vor allen Dingen im Renovierungsbereich, daher sagen wir auch, wir geben sie frei bis zur Nutzungsklasse 32. Einsetzbar natürlich auf allen Untergründen, neuen Untergründen wie Estrichen, unter der Voraussetzung, dass sie natürlich tragfähig, trocken und sauber sind. Aber vor allem im Renovierungsbereich auch auf vorhandenen Nutzböden wie zum Beispiel ein Linoleum, einen homogenen PVC, einen Parkettboden. Textile Belege müssen allerdings entfernt werden. So, kommen wir nun zur Praxis und daher möchte ich Ihnen einmal die einfache und schnelle Verlegung etwas näher bringen. Ja, nun möchte ich Ihnen einmal gerne die schnelle und einfache Verlegung etwas näher bringen und zwar hier auf einem vorhandenen Nutzboden. Ganz einfach, wichtig ist, dass ich die Unterlagsmatte im 90 Grad Winkel zum Oberbelag verlege. Ich suche mir im Prinzip eine Wand oder eine Ecke aus, wo ich mit Anlege lege die Matte aus mit einem Abstand von circa 5 Millimeter zur Wand, rolle sie ab. Komme her und schneide sie zu. Dasselbe mache ich natürlich fortlaufend. Wichtig ist dabei, dass die zweite Matte, die an den ersten Stöß wirklich spannungsarm voreinander liegt. Ja, wie Sie sehen, die Bahnen sind jetzt spannungsfrei verlegt worden. Das heißt also, ich kann direkt mit der Verlegung anfangen. Das heißt also, ich ziehe die Folie, folge der Matte einmal ab. Ich sage immer, soweit die Arme reichen. Mache dies natürlich über die ganze Länge. Und starte mit der Verlegung. Komme her, ich lege das Element rein, reite es einmal vollflächig mit der Hand an. Gehe nun mit der Verlegung in der zweiten Reihe weiter. Lege es vor, anreiben, weiter. Der Vorteil jetzt bei dieser Unterlagsmatte ist auch in dem Sinne, wenn ich mal, ich sage jetzt mal grob übertrieben, eine etwas breitere Fuge verlegt habe, ist dies natürlich immer noch wieder korrigierbar. Bis zu circa zwei Stunden. Nach zwei Stunden ist es allerdings so, und nachdem abgewalzt wurde mit einer Gliederwalze, dass sich dann der Belag mit der Matte verheiratet hat. Ja, also dann ist natürlich vorbei mit korrigiert. Ja, welchen großen Vorteil hat die Matte noch? Ich sage mal, wenn es Ihnen in den Kopf kommt und Sie möchten gerne Samstagnachmittag einmal Ihr Wohnzimmer renovieren, kaufen Sie sich die Silent Premium Unterlagsmatte, räumen Sie die Möbel auf eine Seite, Sie rollen Ihre Unterlagsmatte aus, ziehen die Folie ab, verkleben, stellen die Möbel rüber, können in eins weiterlegen, denn der Vorteil ist halt, dass dieses System sofort belastbar ist. Wenn Sie natürlich experimentierfreudig sind, das heißt, wenn Sie mal Ihren Gedanken einfach mal freien Lauf lassen geben wollen, können Sie natürlich auch mit den verschiedenen Formaten von Veneo kombinieren. Wegen meiner jetzt auch mal eine schmale Klanke mit rein. Dann kann ich auch wieder kombinieren mit einer breiteren, dass ich da eine Art Fries einbaue. Das alles ist natürlich super einfach und simpel zu verlegen. Auch nicht unbedingt nur für den Fachhandwerker, sondern auch für den Do-It-Your-Selber. Das alles ist natürlich super einfach. Ja, hier möchte ich Ihnen nun mal einmal die Klebkraft der Silent Premium mal einmal etwas näher bringen. Und zwar, dieser Belag liegt jetzt circa eine Stunde, ist angewalzt worden mit einer Gliederwalze. Und wenn ich jetzt probiere herauszuziehen, sieht man schon die Fadenbildung. Das heißt also, die Klebkraft ist im vollen Gange. Ja, wie wir hier sehen, ist das eine relativ schnelle und unkomplizierte Verlegung. Ich hoffe, ich habe Sie heute ein wenig neugierig auf das Produkt Silent Premium gemacht. Sollten Sie weitere Fragen dazu haben, stehen die natürlich gerne zur Verfügung. Zum Beispiel auf der Seite www.veneo.de. Ja, bis zum nächsten Mal. Euer André. Bis zum nächsten Mal. Baita, bas learns Chunia. Ja, bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020